Der Hexer war nahe daran, die Hoffnung aufzugehen. Ja, ja, ja. Mal gucken. So, schon besser. Hallöchen ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Folge Daddelzeit mit The Witcher 3. Wir haben zuletzt eigentlich gar nicht mal so viel gemacht. Ein kleines bisschen Pferderin, ein kleines bisschen Kartenspiel. Und wollen jetzt mal gucken, was wir am besten hier in der Gegend erledigen können. Und da habe ich zum Beispiel eine Höhle. Das wäre eine Möglichkeit in der Theorie. Ganz viele Fragezeichen in diesem Bereich. Muss ich mal gucken, wie stark die überhaupt sind. Ich würde nämlich doch mal gerne ein paar dieser Fragezeichen gerne abarbeiten. Einfach, damit wir das schon mal hinter uns haben und uns dann endlich schöneren Aufgaben widmen können. Laufplätze. Genau, Laufplätze. Genau das, was Geralt sagt. So, was sind denn das hier für freundliche Herren? Darf man mit denen mal reden? Was? Achso. Ich dachte, es hat einen Grund, warum das so viele sind. Aber offenbar ist alles in bester Ordnung. Außer deren Vokabular, das ist weniger in Ordnung. was? Achso. Ach, man! Oh! Ihr seid garstige Hunde! Uh oh. Ach, scheiß drauf. Jetzt wird einfach mal niedergeknüppelt. Was geht? Bekanntliches Angriff. Ja, die beste Verteidigung. Alter, Walter hier. So eine pissigen Runde machen mir auf einmal... Oh, eine Zweizahmblut. Ähm, machen mir auf einmal so richtig zu schaffen. Einfachste Runde, das ist... Hey, plötzlich beruhig dich. Ist doch nix. Und... Onkel Geralt ist doch da. Ach, so vereint sind die Wäsche. Und trotzdem machen die mir echt Probleme. Man glaubt es kaum. Mh, das sieht doch schön aus. Ich bin ja quasi nicht mal bis zu einem Dings gekommen, zu einem Fragezeichen. Lalalala. Lalalala. Eine Runde Meditation. Beliebt Körper und Geist und... Ich habe noch mehr von den Viechern vor mir. So, jetzt reicht's aber auch mal. Das sind ja Zustände hier mit den Dingen. Ha, und gleich kommt raus, da ist ein Nest von Dean. Ah, auch von Dean ist da. Oh, ha, 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 ha. Oh Gott, was ist denn mit meinen Kampffähigkeiten los? Die sind ja quasi nicht mehr existent. So, füllen wir mal die gute alte Pummel hier wieder auf. Und... Ha, geht doch. Die zweite Hälfte des Kampfes war gar nicht mal so übel. Oh, schön gut in zwei Teile sortiert. Das ist doch was fürs Auge. Notizen eines Straßenräubers. Ha, der kann sogar schreien. Damit ist es doch schon mal ein etwas überdurchschnittlicher Straßenräuber. Und eine durchweichte Nachricht. Boah, lässt sich doch eigentlich sehen, die Beute. Jetzt aber... Notizen eines Straßenräubers erstmal. Und da heißt es, Verbrechen würden sich nicht auszahlen. Ha, größeren Schwachsinn habe ich meinen Lebtag nicht gehört. Es zahlt sich aus wie verrückt. Bei dem alten Sack haben wir so viel geholt, dass wir es in einem Jahr nicht versoffen kriegen. Selbst wenn wir Mahakama Schnaps trinken wie Wasser und mit trockenem weißen Bukle nachspüren. Wie auch immer das geschrieben wird. Äh, ausgesprochen. Lass die Leute doch Kokolores von den Göttern brabbeln, die uns strafen und was nicht alles. Ich bin zu alt für Märchen. Nun, nächster Halt, Novi Grad. Wir verkaufen was wir haben und lieben wie Könige. Tja, leider seid ihr schon tot. Mh, 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 mh. Liebe Wessi, wir können Patrick nicht mehr ernähren, daher schicken wir ihn zu dir. Ich weiß, dass du es auch nicht leicht hast mit deinen drei Kleinen. Du musst wissen, dass ich dies nicht von dir verlangen würde, wenn es nicht sein müsste. Aber hier in Wehlen, wenn ich es dir erzählen würde, du würdest es nicht glauben. Bitte sorge für Patrick, wie für deinen eigenen Sohn. Wir kommen ihn holen, sobald der Krieg vorüber ist. Ich danke dir tausendmal. Hannah. P.S. Patrick hat einen Geldbeutel im Gepäck, der ausreichen müsste, um seinen Reisebegleiter wie vereinbart zu bezahlen. Es sollte nicht nötig sein, dass du etwas beisteuerst. P.P.S. Patrick hat Angst im Dunkeln. Wenn du kannst, lass ihm eine Kerze am Bett. Wie jetzt? Die können Patrick nicht ernähren, aber Patrick hat einen Geldbeutel im Gepäck, um sich einen Reisebegleiter leisten zu können. Das stimmt irgendwie vorne wie hinten nicht so richtig. Ah ja, Yennefersbrief. Aber den hatten wir glaube ich schon mal, oder? Oh, offenbar nicht, denn jetzt ist er woanders gelandet, glaube ich, oder? So. Ach, das hatten wir längst schon. Das ist ja quasi der Anfang, mehr oder weniger. Wenn ich mich recht entsinne. Oh, hier haben wir auch ein bisschen Geld. Und mal schauen, was es für neue... Oh! Oh, 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 oh. Ja, gucke mal schauen. Das nenne ich einen großen Unterschied. Ha, ha, austauschen. Vielleicht auch noch eine schöne Waffe dabei, dann wäre ich endlos glücklich. Äh, generell wertvolles Ding hier, aber... Nee. Ach, nicht mal einen guten Gegenstand hier, den ich sofort verwenden könnte. Sehr, sehr schade. Aber kann man da wohl nichts machen. Ja, da habe ich was besseres und da was gleichwertiges. Okay, aber das ist schon mal der erste Erfolg für diesen Tag. Und deswegen mache ich auch mal hier den Schnellspeicher-Bouton drücken. Auf dass mir dieser Fortschritt nicht durch die nächste dienliche Hand um wieder zunichte gemacht wird. Wird zwar irgendwie zu mir passen, aber... Nee. Und nächster. Mit etwas Schutz vorher. Immer schön verhüten. Hä? Ja, hallo, wohin gehst du denn hier? Was hat der Mann euch getan? Der? Nichts. Ist im Dorf aufgetaucht. Wollte seinen Ring gegen Brot tauschen. Aber wir haben nichts zu essen mehr. Wegen der Schwarzen. Die haben unsere Felder zertrampelt, unsere Kornspeicher geplündert, unsere Obstgärten niedergebrannt. Also kriegt der Stadtbrot den Streck. Bitte, gute Leute. Habt ihr keine Ohren? Ich wollte diesen Krieg nicht. Ich bin desertiert, um zu Frau und Kind zurückzugehen. Nehmt alles, was ich habe, aber lasst mich leben. Oh, was mach ich denn da? Ich misch mich ja eigentlich gerne mal ein, deswegen sag ich... Lass den gehen. Sicher. Und sollen wir ihm auch Proviant mitgeben? Ihm ein Pferd satteln? Die Schwarzen hatten keine Gnade mit uns. Wir haben jetzt keine mit ihnen. Naja, das Erfolg braucht... Opfer, an denen sie sich auslassen können. Ich habe es freundlich versucht. Jetzt muss ich es anders versuchen. Hab ich gar nicht. Ach ja, man kann ja auch verteidigen. Ha, das hätte ich gerade im Kampf auch noch machen können. Ungern gemacht, aber... Für irgendwas muss ich mich ja entscheiden. Wenn du nicht gekommen wärst... Wäre ich nicht gekommen, wäre nur ein Mann gestorben. Gehst du wirklich zu deiner Frau zurück? Ja. Es wird ein Kind gekriegt, direkt vor dem Krieg. Ein Mädchen. Ich nannte sie Beatrice. Nach ihrer Großmutter. Warum... Warum hast du mir geholfen? Lünch-Mobs, von denen kommt nie was Gutes. Geh jetzt. Bleib von den Hauptstraßen weg und mach einen großen Bogen um die Dörfer. Bis du über die Yaruga bist. Yaruga als Erklärung ist der Fluss, über den drüber das Reich Nilfgaard nach aktueller Grenz... Was heißt nach aktueller... Nach nicht allzu lang her gewesener Grenzsetzung anfängt. Früher war, glaube ich, das Kaiserreich Nilfgaard noch weiter im Süden. Aber der Fluss Yaruga gilt eigentlich als... Oder galt als natürlichsten Schutz gegen Nilfgaard. Offenbar sind sie ja trotzdem rübergekommen. Soviel nur als klitzekleinen Hinweis am Rande. Manchmal will man ja auch ein bisschen Hintergrundflüssen verbreiten. Yeah. Uh, ein versteckter Schatz. Uhlala. Lies den Brief, den du gefunden hast, denn ich verfolge jetzt die Quest. Jawoll. Äh, ne, Inventar wollte ich gehen. Da ist das Ding. So. Molker. Molker, ich weiß, dass du nicht mehr schmuggelst. Du hast genügend Geld gespart und willst das Risiko nicht mehr eingehen, sondern deine Zeit mit Frauen und Kindern genießen. Aber ich muss dich um einen Gefallen bitten. Wir müssen noch eine Ladung verschieben. Die letzte. Versprochen. Es ist ein einfacher Auftrag. Nur ein paar Kisten. Das Risiko ist gering, die Belohnung hat es in sich. Bitte mach es. Wenn nicht um des Goldes, dann um der alten Zeiten willen. Ich weiß zwar nicht, was mir das jetzt für Erkenntnisse bringen soll. Ups. Eigentlich wollte ich ja nur den machen. Ich soll mit meinen Hexer sind, aber versunken der Schatz bedeutet in der Regel würde ich mal sagen. Dass da was rumschwimmt. Ah, ja. Dann mal auf, auf. Äh. z.T. Also zu Meergr amenmere another. Wie viel zu suchen, nur über denложmieren soll. Abnormal viele Schüsse von mir, aber gefunden ist gefunden, aber erstmal will ich noch ein bisschen Sauerstoff nach tanken und dann können wir kurz kommen. Ich würde mal sagen, das Schiff sieht mir relativ richtig aus. Einmal ein bisschen hoch und noch ein bisschen runter. Ein Gildorf verschwert. Na gut. Ich bezweifle zwar, dass es das jetzt so unbedingt wert war. Zumindest habe ich ordentlich Munition verschwendet von meiner munitionslosen Armbrust. Hat sich das Schwert denn gelohnt? Ah ne, ist noch vom Mob. Mob. Das Gildorf verschwert. Vielleicht den einzigen Vorteil, den ich hier sehe, liegt beim Runen Slot, der da mit bei ist. Aber ansonsten weiß ich nicht. Irgendwie habe ich mir mehr erwartet. So. Eines machen wir noch für diese Folge. Ein Fragezeichen. Oh, das könnte ein Ort sein, der wieder bevölkert wird. Da sind zumindest Gebäude. Da speichere ich vor mal. Und dann gucken wir, ob ich... Ja, ich glaube ich habe recht. Los, meine Lieben. An die Arbeit. Keine Hand. Verdammt als Sie, Ficker. Ah, Mist. Cool. Verfickte Scheiße. Töte, Benedikt. So. Der ist glaube ich auch gleich kaputt. Und die Leute können glücklich zurückkehren. Geralt ist ein Held. Töten und damit was Gutes tun. Was gibt es Schöneres? Und dem nächsten Level ab näher ich mich auch schon mal so mit nicht übergroßen Schritten, aber doch mal stetig. Ein Schleingerknüppel, mit dem kann ich wenig anfangen. Aber mit einer Rasiermesse, das ist natürlich perfekt. Und hier haben wir einen Kräuterkundler durch dieses befreite... Na doch, will ich jetzt nicht das zu sagen. Gebäude. Inklusive Anleger. Den Anleger darf man nicht verachten. So. Kribische Krieg und Wasserflasche. Uh. Und rote Notiz. Herz aller liebstes das. Mal sehen, was wir mit der Notiz anfangen können. Ein Weinstein. Der Bruder von Kleinstein und vermutlich etwas versoffen. Gehe sich bei Pokémon so vor mir. Weinstein. So ein wankender, schwankender, kleiner Stein als Pokémon. Aber ich schweife gerade zu Pokémon ab. Pokémon ist doch was anderes. Lesen wir nochmal ganz kurz den Brief. Kleiner Bruder, ich habe deinen Brief erhalten. Den Kindern geht es gut. Danke. Der kleine Racklias ist ganz schön gewachsen. Er reiht mir schon bis zur Schulter. Und Kind ist süß wie eh und je. Aber genug davon. Ich bin so froh, dass du wieder sicher zu Hause bist. Aber ich mache mir Sorgen. Bist du wirklich sicher, dass diese Piraten für immer weg sind? Du musst wachsam sein und darfst nachts kein Licht anmachen, damit dich niemand sieht, wenn er die Küste entlang fährt. Deine Lessica. Joa. Ich würde mal sagen, ist geglückt. Da waren doch Piraten irgendwie gekommen. Wäre ich jetzt dadurch irgendwie eine neue Quest bekommen? Mal schauen. Nebenquests müsste das sein. Wild ist er jetzt. Sprich mit dem Jäger namens Njellen. Ne, das ist was anderes. Was anderes. Die, da, die, da, die, da, die. Fehlschlag. Ah, das wird mich auf ewig verfolgen. Eine fehlgeschlagene Quest. Aber was geschehen, das geschehen, das wollte ich dann auch nicht nochmal spielen. Mit dieser Schmach muss ich dann einfach leben. Und ebenso müsst ihr damit leben, dass die Folge leider jetzt sich dem Ende zuneigt und ich mich eigentlich nur noch verabschieden kann. Deswegen hoffe ich, dass wir uns dann sehen, wenn es wieder heißt Dattelzeit mit The Witcher 3. Äh, vielleicht tun wir dann wieder was Sinnvolles. Ich weiß es nicht. Aber gewissermaßen hatte das Ganze ja jetzt auch Sinn gehabt. Wir haben ja schöne Dinge gefunden. Auch wenn nicht viel Brauchbares darunter. Aber egal. Also dann nächstes Mal wieder einschalten und bis dahin verabschiede ich mich. Tschüss.